Ja, das war ja einfach. Ha! Ha! Keine Angst! Vor dir steht Captain Diabetes! Captain Diabetes! Ja! Ein waghalsiger Gentleman mit super Diabetes-Kräften! Einst war ich ein stinknormaler Grundschüler, doch dann hat ein Laborunfall aus meinem Diabetes übernatürliche Kräfte gemacht. Okay, Sidekick, es gibt eine Verdächtige, die vielleicht was über die verschwundene Katze weiß. Mir nach! Captain Diabetes! Die Macht ist Zucker! Ich bin die Bruce Banner, ein Einzelgänger, der hofft, eines Tages sein, Diabetes loszuwerden, obwohl das mein Ruhestand bedeuten würde. Alles klar. Blöde Schlampe! Wie gefällt dir das? Ich bin Captain Diabetes und das ist mein treuer Sidekick! Oh, okay. Macht mal Platz, ich muss mir noch ein paar Bierchen holen. Tut mir leid, aber in diesem Zustand können Sie nicht Auto fahren. Ich bin quasi nüchtern, okay? Verpisst euch! Hey, gib mir meinen Schlüssel! Das wäre unverantwortlich. Mir geht's gut, okay? Guck mal, warte. Mir geht's gut. Okay? Mein Schlüssel, bitte. Sie können ihn morgen wieder haben. Gib mir den scheiß Schlüssel, du Kackbratze! Okay. Willst du es drauf anlegen? Na gut! Vorsicht, Sidekick! Auch geschwächt ist dies ein gefährlicher Feind. Geschwärzt? Bin ich eine Olive? Also, überhaupt kein Thema. Im Match ist noch unzündlich. Jetzt hätte ich fast alles verschüttelt. Schau, gut zu, Sidekick! So, der kann jetzt hier auch richtig Bups machen. Bam! Ich hab nen Schild! Normal schlage ich keine Kinder, aber langsam krieg ich Lust drauf. Gib mir meinen Kacksschlüssel! Schnapp ihn hier! Ja, kein Problem, Alter. So ist das also. Kippen, diabetes und seine Sidekick ist keiner gewachsen. Kepau! So ein Kratzer. Jetzt geht's, Thomas. Boah, wie bin ich hierher gekommen? Attacke! Aber da hat's wieder reingeblastert. Na klar, alle auf den Nüchternen. Was macht denn die drei? Stürmergriff, der auch Schutz bietet. Jetzt hab ich ein Schild der Schaden absorbiert. Ihr könnt auch alle mitkommen, du fährst. Das wäre gegen das Gewinn. Ich bin nüchtern, okay, ich bin, okay, okay. Jetzt bin ich nüchtern. Und gegen elf sollten Sie nüchtern genug zum Autofahren sein? Irgendwo ist es immer elf. Das ist halt nicht wahr. Die müssen dringend zu den anonymen Alkoholikern. Ich mach sie fertig! Hey, fick dich auf! Hey, ich kann euch auch Süßigkeiten mitbringen. Ich mach nur den Autoschlüssel. Okay, ich hab Diabetis. Was macht der denn jetzt? Mach sie fertig! Ich will mir die Diabeteskraft angucken. Ich... Lass sie nochmal. Das hätte echt weh getan, wenn ich irgendwas fühlen würde. So, was machst du denn Schönes? Oh. Ich hab ihn kompiziert, Sir. Du bist ne miese kleines Schlampe, Kapitän Diabetes. Mein Zeitkick regelt das mit Links. Ja. Gute Nacht, Mr. Masch. Gefäß von Bacher aus. Das könnte interessant sein. Das schauen wir uns mal an. Ich muss mir gerade mal noch das Gefäß wachen. Das ist mies. Das Ding hat. Mal gucken, was macht denn der? Die macht die Ultimativkraft der Erholung und Status Effekt Schaden. Der macht richtig Status Effekt Schaden und Rückstoß. Ich hab jetzt hier gerade Status Effekt Schaden und Rückstoß. Das ist ein bisschen weniger Rückstoß. Aber... Dafür poweret er gut. Das ist ne Abkürzung durchs Kaltversteck. Okay. Abkürzung durchs Kaltversteck. Ja, 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 ja. Ich bin gerade auf einer anderen Mission. Kaltversteck. Kaltversteck. Eben war er noch da. Jetzt ist er weg. Kaltversteck. Oh, sag mal Diabetes mal. Was ist los mit dir? Geh einfach nach oben, Sidekick. Die Abkürzung ist auf dem Dachboden. Wir haben dir erlaubt, sie zu benutzen. Wenn ich zu hohen Zucker habe, werde ich sehr wütend und sehr stark. Das nenne ich Zuckerzorn. Sehr gut, Sidekick. Okay. Das ist Humankinds Geheimversteck. Fütze machen mich nützend. Der Kuhn sagt, meine Mom hat bei meiner Geburt gefurzt. Und deshalb habe ich Diabetes. Die Abkürzung führt durch Fenster. Wenn ich ein Geheimversteck hätte, würde ich ein bisschen mehr putzen, wenn ich Supergäste erwarte. Er hat uns nicht mal die Leiter runtergelassen. Doch. Super Arbeit, Sidekick. Diese Abkürzung führt uns direkt ins Herz von Downtown South Park. Okay. Komm schon, Sidekick, keine Angst. Use it, I'll risk. Der furchtlose Held und sein Sidekick stürzen sich in die dunkle Nacht, bereit das Böse zu bekämpfen und der Stadt den Frieden zu bringen. Du glaubst nicht, dass ich Diabetes habe, weil meine Mutter während der Geburt gefurzt hat? Es kommt mir vor, als hätte der Kuhn das erfunden, um Captain Diabetes zu verunsichern. Wie du siehst, ist South Park Nacht ein völlig anderer Ort. Wir müssen ins Peppermint-Hippo. Auf zum Stadtplatz! Ich liebe Burnham County! Einfach die beste Band der Welt! Von denen würde ich mich glatt flachlegen lassen! Also, ich woh- Ach, scheiß drauf! Ich lass einfach laufen! Hey, nicht vordrängeln! Ich fühl mich wohl zu der mobilen Toilette hingezogen! Was ist los? Und jetzt bin ich wieder der Alte! Wie du siehst, hab ich die Kontrolle über meinen Diabetes perfektioniert! Los, hier lang! Okay. Alles klar. Freebird! 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 Tubus. Oh. Hier werden wir die Frau finden! Okay. Mach dich auf unabbetätliche Gestalten und einen Haufen Titten gefasst. Komm, lass uns reingehen! Oh je. YouTube-unfreundliches Gewerber. Hey, kommt wieder, wenn ihr volljährig seid! Genau. Das gefällt Tempten Diabetes gar nicht! Sag mal, bist du eigentlich schwerhörig? Oh, lass das bitte! Ich hasse Fürze! Hey, da gibt's geile Titten und ihr seid zu jung dafür, also verpisst euch! Ich muss hier irgendwie durch. Es gibt keinen anderen Weg. Ich muss hier durch. Doch vielleicht gibt's auch in den Raum einen Hintereingang. Schauen wir uns mal um. Es muss noch einen anderen Eingang geben. Gut mitgedacht! Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hoch. Komm her! Ich hab ne Idee! Ja. Kein Problem für Diabetes! Ja? Oh, natürlich! Zur Seite, Sidekick! Ja! Acht! Acht dir! Kur'nömer, junger! Ah, das ist schon gut. Okay. Auf den Schreck muss ich mir erst mal ordentlich einen wegdrücken. Ja, jetzt ist er kackt. Den krieg ich nicht mehr. Nee, nee, das war nix. Ja, das war nix. Ja, das war nix. Ja, das war nix. geschafft die lady ist wohl da lang das tut gut hey, bist du ein kobold? okay, wir sind im strip club ach je, die haben alle noch sonst na die nicht okay, jetzt haben wir etwas ganz besonderes das ist mein erster pinna kollaber schmeckt echt geil ich wusste, das gefällt dir gpia je, schweinebacke gpia je, schweinebacke da spüren wir nix aber das wird was kratten scheiße ekelhaft na gut da ist noch ne tasche und dann geht's weiter bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal